So, hallo zusammen. Ich möchte gerne euch zeigen, wo die Einstellung für die Kamera- und Mikrofonberechtigung ist. Unter Chrome, Opera und Firefox. Am Ende zeige ich euch, wo die Bildschirmfreigabeberechtigung ist. Unter Mac. So, hier bin ich unter Chrome, gehe ich auf Einstellungen und dann scrolle ich runter unter Datenschutz und Sicherheit, Webseite Einstellungen, Kamera. Und dann hier erscheint es. Also, wenn ich jetzt die Seite hier besuche, irgendeine Seite, eröffne ich ein Fenster, sagt er dafür auf Mikrofon und Kamera zuzugreifen und sage ich Ja. Und dann, das sehe ich jetzt hier, wenn ich die Berechnung nicht mehr haben will, kann ich das löschen. So, unter Firefox ist etwas Ähnliches. Opera habe ich jetzt hier, auch die Webseite geöffnet. Und auch wenn ich ein Meeting treffen, also starten will, dann fragt er mich. Und dann kann man das hier sehen unter Einstellungen. So, erweiterte Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Webseite Einstellungen und Kamera erscheint es hier. So, unter Firefox ist auch Firefox, Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, muss man ein bisschen nach unten scrollen. Weiter, weiter, weiter. Hier sieht man die Berechtigungen, also Kameraberechtigung und sieht man das hier. So, Bildschirmfreigabe sieht man unter Mac. Hier, hier klicke ich auf Systemeinstellungen und gehe ich auf Sicherheit. Nochmal, genau. Und hier in der oberen Reiter, das letzte, Datenschutz. Und hier sehe ich nochmal, was ich vorher, also welche Browser dürfen, welche App dürfen, auf meine Kamera zu greifen, auf mein Mikrofon zu greifen. Und Bildschirmaufnahme, also das für die Bildschirmfreigabe beim Videochat, erscheint dann hier. Guck mal, Opera darf er nicht, ne? Firefox darf er. Also, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, nicht diese Bildschirmfreigabe, dann bitte hier kontrollieren, ne? Genau. Das war's, danke.